ich weiß nicht wieso ich dieses game noch spiele der wollte mich gar nicht das ist absolut ein grund auszumachen ich mache den einen weg ich mache den anderen weg ich siehst du noch eine gedroht du brauchst du konfidens jetzt kommt nicht gleich so warum nicht gleich so geht nicht so mit uns alter, sonst knallt es gleich wieder vor AF Konfidenz ist alles in dem game ihr müsst euch sehen wie ihr die umbringt dann läufts, ich schwöre Mindset, Mindset ist die halbe miete in dem game so oft kriege ich aufs maul und dann denke ich mir im nächsten gunfight, ich krieg den eh nicht tot der wird mich eh prefeiern ich bin eh tot aber dann denke ich so und dann passiert es auch es ist halt hundertprozentig einfach so und du musst das versuchen loszuwerden und dann geht's rein, wenn du nicht beliebst, hast du schon verloren aber jetzt beliebig, jetzt musst du aufpassen ich glaube ich das ja die werden mich zwar ausdrohnen jetzt, das heißt es wird nicht gut klappen aber das heißt nicht, dass ich es nicht versuchen werde ja die sehen mich, dass die kacke Achtung 3 2 1 1 Ich wusste es, du musst beliefen Boah, die kommen bei mir alle Hab euch mal den Bugsfink der kommt hinter die ja war das ja ne schön oh ihr seid zu weich oh wie kann das nicht mehr gut verweich seid ihr wir zocken legit gegen einen einzigen geheiman der bricht heute mein killrekord glaube ich yo sit down woher werde ich nicht mal gesmacked down ich smack down dich nach nachdem wir ausgemacht haben gleich meinem Schlafzimmer das ist illegal was du machst ok, tut mir leid warum habt ihr das eine kaputt gemacht warum habt ihr das eine kaputt gemacht dann hab ich gesagt ich reiß mich zusammen ich beliefe jetzt an mich ich beliefe dass ich gut spiele auf einmal mach ich alle weg hm das war der fade away headshot hm das war der fade away headshot hm und sei lauter Bill weiss ich nicht es ist ein mutter es ist ein mutter er kommt mit seiner riesen bier das war mutter junge chill er kommt mit seiner riesen er kommt mit seiner riesen er hat gesagt der hat noch nicht zum glück alter oh man rick der typ steht 15 5 lern to play hat er süß gemacht lol ah fuck sag ihm jetzt noch planten sag ihm jetzt noch planten plant plant er drohend erstmal komm her schnell ich a-jabbede die innen es ist nur plant auf dem bitte der rennen kann ich ist verloren der kommt nicht mehr hoch hinten ist der echt? das hat keiner gesehen ach du schande aber war ich da nicht sieben auf seinem gesicht drauf? nein du hast jedes mal daneben geschossen einmal dienst daneben dann rechts daneben dann wieder links daneben easy lass mal auf jetzt wie ich den out player erstmal schieß ich ihm die füße weg plötzlich ein air-jab immer noch closet leg closet leer das weg jump hier rein ich schwöre dir du holst den kill digga wie kann das so gut sein ähm Astrozias Astrozias oh mein Gott das ist das für C4 gewesen guckt euch das mal an crazy vielleicht kommt der rumslauf der planted off im Fall an der Tür er ist schon oben schon wieder dieser Bandit man sag ihm wo schön ey es ist nur dieser Bandit der ist immer der letzte am Leben er schimmelt immer hoch ja der hat mich so gekorbit ne also wäre mein Fußnagel so ein basketball ring gewesen dann aber auf dem weg die swanet spielen 90 oh mein Gott der hat so einen langen Schlong dass ich auf den Schlong geschossen habe ach man der hat mich mal noch aktiviert was macht der Kapkan da ja der holt das der holt das die war one perfekt perfekt Junge jordan wieso ist er von der guh gestorben wenn die Kapkan geplatzt ist ich glaube jetzt ne Runde im stehen und damit ihr mir das glaubt zeig ich euch das jetzt der Tisch fährt nach oben und es wird ein Ründchen im stehen gezockt wenn ich jetzt rasiere dann wisst ihr genau woran das liegt wo muss ich hingucken links rechts muss ich doch nicht ne das ist kein Raum ne das ist ein toter Raum ja das ist ein toter Raum was ist das denn für ne Kacke der jab hinten links oder rechts ran zack fängt der letztes hier das war ein Prisma woooooooh ihr müsst ihm stehen zocken digger ich glaub da war einer ich hab keinen Bock dass du mich hinten run outest ich bin dir ehrlich ich glaube wir werden den nicht sehen wer legt der 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 robter der robter der robter Digga wer legt sich denn da so hin wo war der der hinten durch kommt einer Mann zappel Philippe alle deine liegt hinten einfach auf dem Boden halt einfach nicht schreie Alter so auf bitte hol das bitte ich schenke dir meine meine Jungfräulichkeit wenn du das holst gibst du das lan rot 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 neiiiiin ey wie kann man so schlecht sein DICK nein jetzt müssen wir einfach defense halten ey man kommt rein näh einer liegt Er ist weg. Man guckt noch mal rein. Noch einer liegt. Man guckt noch mal rein. Da steht einer. Dann kommt der der nächste. Macht einen Runout. Auch kein Problem. Danach steht der da hinten. Das ganze Team steht da. Einfach in der Garage. Man muss beruhigen. Oh, hier piept alles. Von oben. Von der oben. Von der rechts von dir ist der. Er ist inside, links von dir. Man, der ist low, der Ace. Holy shit. Einzig, was ich gleiche ticke, ist meine Nudel in der Hose. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Play defensive, play defensive. Nein! Wie kann man schwarz vor Augen geworden? Mann, wie verlieren wir denn so was? Er holt schon, er holt schon mit einer Kopfkantrap zwei Menschen. Die dürfen... hört doch auf! Die Füße an mir. Die Füße an mir. Das war wichtig, dass wir da in den Füßen hatten. Boah, schöner Flick. Der Winkel ist ja echt kack hier. Ach, Blackbeard und A's, man. Digga, du kannst mir jetzt hier in dieser Hurensohn, Alter, wirklich. Ich hätte nur eine Spritze gebrauchen können, glaube ich. Blackbeard und A's, man. Er könnte mir halt sagen, dass da einer ist oder sowas. Das ist am Breach. Immer noch im Hallway. Ich steck genau unten. Ich kann mich wieder an die Door. Holy shit. Keine Ahnung, wie das kein Headshot war. Oh, 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 oh. Das und Blackbeard. Display time, Display time. Jo, das sieht nach GG aus. Oh. Schade. Oh Gott. Ich würde gerne mal eine Schamhaare ausrupfen. Jo, alle Einzelnen mit einer Pinzette. Du zu schade auch mal eine Schamhaare aus einem Schamhaus, verab Selvor ein Schamhaus. Untertitelung des ZDF, 2020